Wir starten jetzt mit meiner ersten Partie beim World Cup. World Cup ist ein K.O.-Turnier. Es ist ein sehr wichtiges Turnier im Schachkalender. Es finden nur alle zwei Jahre statt, denn drei Plätze gibt es zu vergeben für das Kandidatenturnier. Das heißt, die beiden Finalisten und der dritte Platz qualifizieren sich für das Kandidatenturnier, was ein sehr, sehr wichtiges Turnier ist, denn dort der Sieger qualifiziert sich für den WM-Kampf gegen den Ligue-Rennen. Und dementsprechend spielen im Prinzip fast alle Topspieler da mit. Die Nummer 1 im Feld ist Magnus Carlsen. Gut, der spielt einfach nur deshalb mit, weil er das Turnier noch nie gewonnen hat, nicht weil er sich für das Kandidatenturnier qualifizieren will. Aber das zeigt auch, wie schwierig dieses Turnier ist, dass Magnus Carlsen, obwohl er schon vier oder fünf Mal mitgespielt hat, es noch nie gewonnen hat. Und es haben 206 Spieler mitgespielt. Und in der ersten Runde habe ich gegen die Nummer 1 aus Madagascar gespielt, gegen Fi Rakoto Maharo. Und er hat eine Zahl von, wir sehen es hier, 2463. Also ich war definitiv Favorit, aber es ist jetzt auch kein Walk in the Park, wie man auf Englisch sagen würde. Also jetzt kein Spaziergang, diesen Gegner zu besiegen. Und dementsprechend schauen wir mal, wie es gelaufen ist. Ich habe in der ersten Partie mit Weiß gespielt. Es werden immer zwei Partien gespielt. Eine mit Weiß, eine mit Schwarz. Und wenn es unentschieden steht, dann geht es in die Tiebreak, Schnellschach und dann auch Blitz, falls eine Entscheidung noch nicht gefallen ist. Okay, wir gehen rein. Ich habe natürlich mit E4 eröffnet, wie üblich. Und mein Gegner hat tatsächlich genau das gespielt, was ich auch erwartet habe, nämlich das Vierspringer-Spiel. Das hatte er sehr viel im Blitzen gespielt online. Und natürlich habe ich mir seine Online-Partien angeschaut. Insofern, es war eine angenehme Überraschung, dass ich das so spezifisch hier vorbereiten konnte. Ich habe hier schon viele verschiedene Züge gespielt. A3, Dame, D3, Springer schlägt C6. Hat vielleicht jemand meine Partie gegen Abasov gesehen? Auf dem Kanal sehr interessante Partie. Auch Läufer E2 habe ich schon gegen Markus Ragger gespielt, auch auf dem Kanal analysiert. Dame, D3 habe ich gegen Nis Piano gespielt. Das ist, glaube ich, auch auf diesem Kanal zu finden. Habe ich A3 schon gespielt? Ich glaube, A3 habe ich noch nicht gespielt, vielleicht. Gut, aber schon einige Züge. Springer DB5 ist einer der Hauptzüge. Und jetzt ist eigentlich die Standardwahl von Schwarz hier in Sveshnikow überzuleiten. Das ist jetzt die Sveshnikow-Hauptvariante. Und ich wusste aber aus seinen Blitzpartien, dass er es nicht machen würde. Dass er hier Läufer C5 spielt. Und Läufer C5 ist es spielbar, aber es sollte etwas besser sein für Weiß. Hier gibt es auch zwei Züge, Läufer 4 und Springer D6. Läufer 4 sollte auch besser sein für Weiß. Aber Springer D6 hat mir besser gefallen, denn in den resultierenden Stellungen geht Weiß sehr, sehr wenig Risiko. Und genau, Joppa Heller, König E2 in der vier Springer-Spielvariante. Und ja, die anderen Fragen, King in the Cup, machen wir mal später, am besten nach der Partie. Hier nach Läufer 4. Es sieht erstmal komisch aus mit dem König auf E7, aber das kann man so machen. E5, jetzt ist mein Springer attackiert und der Läufer. Ich zähle den Springer zurück. Der König muss zählen. Es ist ein Schachgebot. Jetzt zähle ich den Läufer nach G5. Das war jetzt alles meine Vorbereitung, D6. Und hier gibt es auch verschiedene Züge für Weiß. Läufer C4, Springer E3, Läufer D3. Ich habe Springer E3 vorbereitet. Denn hier erspielt jetzt H6. Das ist eine kleine Ungenauigkeit, aber das hat er auch in seinen Blitzpartien häufiger schon gemacht. Und darauf hatte ich ein bisschen gesetzt. Läufer E6 ist ein bisschen präziser hier. Aber auch dann sollte Weiß minimal besser stehen. Gut, H6. Ich nehme auf F6. Da am schlägt F6. Und Weiß hat dieses schöne Feld zur Verfügung. Wo die Springer sich hinstellen können. Und das gibt Weiß hier ein bisschen Vorteil. So, Läufer C4. Der Läufer wird entwickelt. Zählt auch auf diesen Bauern. Und Läufer E6. So, Schwarz spielt den Läufer raus. Auch ein Standardzug. Und jetzt spiele ich Kurzuch H. Das war alles noch meine Vorbereitung. Und hier habe ich ein bisschen darauf gesetzt, dass er G6 spielt. Das hat er nämlich schon im Blitzen gespielt. G6. Aber das ist kein guter Zug. Denn hier kann ich überraschenderweise auf E6 schlagen. Das möchte man normalerweise nicht. Weil Schwarz jetzt die Struktur verbessern kann. Aber nach F schlägt E6. Jetzt hat Schwarz hier dieses wichtige Zentrumsfeld kontrolliert. Hat Weiß den sehr starken Zug Springer A4. Und Schwarz kann den Läufer nicht ziehen, weil der Bauer hängt. Und Schwarz kann auch nicht auf E3 schlagen, weil dann der Turm geöffnet wird. Und jetzt verliert Schwarz offensichtlicherweise die Dame. Und dann ist das hier ziemlich ungünstig für Schwarz tatsächlich. Nach Springer A4. Denn wenn man jetzt hier sowas spielen muss, dann hat Schwarz die deutlich schlechtere Struktur. Ich habe hier das Feld C4 für den Springer. Das ist sehr angenehm. Schwarz hat nicht das Feld D4, weil ich C3 spielen kann. Das sieht ziemlich gut aus. Schwarz könnte auch mit der Dame schlagen. Aber jetzt habe ich definitiv was gewonnen, hier die Läufer abzutauschen. Das ist jetzt auch eine schöne Stellung hier. Springer D5 oder Dame E2 oder sowas in der Art. Und langfristiger Vorteil mit diesem Feld D5. Gut. Er hat hier erst mal nachgedacht nach Kurzhochade und hat dann König G8 gespielt. Was besser ist als G6, aber nicht der beste Zug. Der beste Zug ist Dame D8 und der ist nicht so leicht zu finden. Und deshalb hatte ich mich auch für diese Variante entschieden. Jetzt möchte Schwarz G6 König G7 spielen als nächstes. Ich habe, wie man hier sehen kann, 2603 Elo Alexandra. Okay. Folgende Partie. König G8. Ja, König soll auch verbessert werden. Aber der König G6 ist besser, weil Schwarz auch das Feld F5 kontrolliert. Und König G8 ist ein bisschen ungünstig. So, jetzt erst mal einen Springer nach vorne gebracht. Jetzt muss ich selber nachdenken. Also hier, wir sehen jetzt auch C3 das erste Mal sieben Minuten nachgedacht. Aber C3 ein sehr logischer Zug. Hat auch die Absicht hier B4 zu spielen. Und nach Läufer B6 könnte ich da den Läufer schlagen. Und das etwas trickreicher ist für Schwarz. A6, was hier ein normaler Zug ist, das wäre nicht so gut. Denn jetzt könnte ich B4 spielen, Läufer A7 und Springer F5. Und man sieht direkt hier diese Probleme, dass Schwarz nicht G6 gespielt hat, beziehungsweise, dass ich dieses Feld habe auf F5. Und ja, hier will Schwarz eigentlich niemals schlagen. Jetzt habe ich diesen Monsterläufer und gute Kontrolle wie weißen Felder. Aber ansonsten, wenn jetzt Schwarz zum Beispiel G6 spielt, dann kann ich auf D6 schlagen. Das ist eine wichtige Taktik. Und hier würde Schwarz die Dame verlieren. Mein Gegner ist IM. Ja, das ist ein guter Punkt, Alexandra. Mein Gegner ist internationaler Meister. Kern GM, habe ich nicht dazu gesagt. So. Das hat mein Gegner realisiert, spielt deshalb Turm C8. Guter Zug. Und jetzt kann ich nicht B4 spielen, denn Schwarz könnte hier Springer schlägt B4 spielen. Diese Taktik kannte ich schon aus meiner Vorbereitung. Die kam auch in einem anderen Moment vor. Deshalb war ich da sowieso schon auf der Hut. Und hier, egal wie ich jetzt schlage, ich verliere die Figur zurück. Oder Schwarz gewinnt die Figur zurück. Und Schwarz hat einen Bauern mehr. Auch Springer schlägt B4, Läufer schlägt C4. B4 kostet am Ende einen Bauern. Das geht also nicht. Und hier habe ich ein bisschen länger nachgedacht. Und habe dann Dame D3 gespielt, was jetzt den Läufer deckt. Und diese Idee mit B4 erneuert. Ja, die Frage war ein bisschen, ob ich Dame D3 spiele oder vielleicht auch Dame E2. Aber ich wollte gerne, ich wollte gerne weiterhin auf diesen Bauern schauen. Denn wenn jetzt Schwarz A6 wiederum macht, dann würde diese selbe Idee wiederum funktionieren. Sehr unangenehm sein für Schwarz. Das hat mein Gegner erkannt und spielt deshalb richtigerweise Springer A5, um hier den Läufer abzutauschen. Und jetzt habe ich Läufer B3 gespielt. Die Engine gibt hier auch B4. Aber nach Läufer schlägt E3, B schlägt A5. Das war mir jetzt nicht so klar, weil ich habe hier meine Struktur verschlechtert. Dem Computer scheint es zu gefallen. Aber jetzt hier mit diesen einzelnen Bauern ist für mich nicht so eindeutig. Also ich finde Läufer B3 logisch. Und jetzt hat mein Gegner König H7 gespielt. Das hat mich überrascht tatsächlich, dass er hier jetzt zulässt, dass ich Springer F5 spiele. Ich dachte, er würde G6 spielen. Das hatte ich eigentlich erwartet. Und jetzt wollte ich König H1, also erst wollte ich glaube ich, ich habe auch Springer C4 überlegt oder Turm D1. Aber dann hat mir König H1 ganz gut gefallen. Denn auf einmal wechsle ich meinen Fokus auf den Königslüger und will hier mit F4 spielen. Zum Beispiel falls jetzt König G7, dann F4. Und das wird gefährlich für Schwarz. Denn hier ist der König doch relativ anfällig. Schwarz müsste jetzt Läufer schlägt E3 spielen. Vielleicht Springer schlägt E3. Und hier, ja Schwarz sollte jetzt hier schlagen und dann hier schlagen. Aber am Ende des Tages, es bleibt schlechter für Schwarz, denke ich. Ich habe auch immer noch dieses Feld, sieht gut aus. Oder wollte ich direkt F4 spielen? Nee, direkt F4, das sieht verkehrt aus. Nee, direkt kann ich noch nicht gut machen wegen der Festung. Deshalb erst mal vorbereiten. Ja, König H1 hätte ich glaube ich gespielt. Ist auch unangenehm für Schwarz. Okay, König H7. So, dann dachte ich mir, na gut, ich nehme die Einladung an. Jetzt endlich meinen Springer nach F5 zu stellen. Wunderbar. Und ich habe ja auch hier Ideen, eventuell nach E7 zu gehen. Sagen wir nach G6, kann ich hier nach E7. Der Turm hat kaum Felder. Das sieht nicht gut aus. Jetzt vielleicht Läufer A4. Ja, Schwarz hat kaum Felder für die Figuren. Mein Gegner hat Tommi 8 gespielt, das ist ein Fehler. Aber es ist sowieso schon schwierig. Was sagt der Computer? Springer schlägt B3, A schlägt B3 und A5. So. Okay. Das wäre noch das Beste gewesen. Ja, aber auch das ist besser hier für Weiß. Da haben wir G3, G6, Springer F7. Das sollte auch besser sein. Ja, jetzt kann ich so nochmal ummanövrieren. Und die Läufer, die sind hier nicht stark in der Stellung. Okay. Wir folgen der Partie Tommi 8. Ich dachte, okay, Tommi 8. Jetzt mache ich doch Läufer A4. War ich ein bisschen überrascht. Der Zug ist recht offensichtlich. Ich behalte meinen Läufer, greife den Turm an. Und jetzt Springer C6. Und jetzt habe ich B4 gespielt. Das war auch die Idee von Läufer A4, dass man Bauer wieder vor kann. Und er spielt jetzt Läufer, schlägt F5. Ich hatte Läufer B6 erwartet. Das hat auch einen kleinen Trick. Denn jetzt funktioniert Springer schlägt D6 nicht. Nach Damen schlägt D6. Gewinne ich zwar die Dame, aber verliere sie direkt auch wieder. Turm E, D8 hat nämlich meine Dame, keine Felder. Und Schwarz gewinnt die Dame zurück und steht dann auf Gewinn mit zwei Figuren gegen den Turm. Aber ich muss das ja natürlich nicht machen. Und ich war mir auch gar nicht sicher, was ich hier, was wollte ich hier machen. Einfach mal einen Turm in die Mitte spielen eventuell. Gut, der Computer sagt Turm A1 oder B5. Ja, B5 sieht eigentlich gut aus. Denn jetzt, Herr B5 hatte ich glaube ich auch überlegt, denn jetzt Springer A5. Jetzt kann ich schlagen, denn die Dame hätte hier den Rückzugsweg. Und das muss dann besser sein. Zwei Leichtfiguren gegen die Dame. Ja, eigentlich das Einzige, was Schwarz probieren kann, ist Läufer schlägt D5. E schlägt D5. So, jetzt droht hier ein Abzug. Deshalb steht die Dame auch gut auf D3 gegen den König. Aber das Problem für Schwarz ist, nach E4 habe ich Dame G3 und Romatt. Und außerdem auch noch Springer schlägt D6. Also nach Dame F6. Ja, aber jetzt kann ich auch hier schlagen. Hier schlagen. Beide Türme sind angegriffen. Schwarz fliegt auseinander. Nee, das ist schon, ja. Wahrscheinlich hat mein Gegner B5 gesehen und das deshalb nicht gespielt. Ich kann hier gar nicht groß irgendwas vorschlagen. Das sieht sehr, sehr schlecht aus. Vielleicht tatsächlich irgendwie hier den Springer zurück. Ja, das ist wohl das Beste. E4, Springer schlägt E4. Ja, aber Schwarz hat zwei Bauen weniger. Also das kann es ja auch nicht sein. Ja, Hupf, Dude. Schön, dass du mal wieder dabei bist, Mensch. Auch lange nicht gesehen hier. So, also wir folgen der Partie. Läufer schlägt F5. E schlägt F5. So, jetzt gibt es hier auch eventuell schon Abzüge. Mein Gegner spielt E4. Die Dame muss ziehen. Sie zieht nach H3. Läufer B6. Und ich bin recht stolz über meinen nächsten Zug hier. Nämlich F6. Sehr starker Zug. Damit wird die Dame geöffnet und der König soll geschwächt werden. Von Schwarz. Und ja, die Stellung ist gewonnen. Ihr seht ja schon die Engine hier. Plus 3 zeigt sie an. Die Stellung ist sehr, sehr gut für Weiß. So, ich hatte hier jetzt auch ordentlich einen Zeitvorteil. Denn mein Gegner dachte 17 Minuten nach und spielte Turm E5. Turm E5 hatte ich erwartet. Ja, was soll Schwarz machen? G6. G6. Dann ziehe ich meinen Läufer zurück. Oder Turm in die Mitte. Warum eigentlich nicht? Turm D1 sieht gut aus. Ja. Turm D1. Ja, es ist... Was soll Schwarz spielen? Sehr, sehr schwierig. Auch Läufer B3 mit der Drohung. Springer schlägt B6. Und Läufer schlägt F7. Kommt in Frage. Springer E5. Ja, man hat viele Möglichkeiten. Viele Möglichkeiten. Gut, Turm E5. Jetzt kommt meine einzige Ungenauigkeiten in der Partie. Hier seht ihr es. Springer schlägt B6, denke ich, war aus praktischer Sicht eine sehr gute Entscheidung. Denn ich öffne seinen König und die Stellung ist sehr, sehr schwierig zu spielen. Wie alt mein Gegner war, kann ich gar nicht sagen. Musst du einfach mal googeln. So. Turm D1 wäre besser gewesen. Mir war es nicht so klar, nach G schlägt F6 hier. Aber gut, wenn man sich die Stellung so anschaut. Es ist natürlich schon sehr hässlich für Schwarz. Läufer C2 ist jetzt recht überzeugend. Es droht bereits Läufer schlägt E4, gefolgt von Dame F5. Und falls F5, dann kann man hier auf B6 schlagen und jetzt F4 absolut vernichten. Also diesen Zug muss man aber sehen, sonst hätte Weiß keinen Vorteil. Aber Schwarz kann jetzt nicht den Turm auf der fünften Reihe behalten. Turm B5, A4. Der Turm ist direkt weg. Und wenn der Turm zurückzieht, dann schlägt Weiß mit Schach auf F5, dann auf E4. Und wenn Schwarz auf F3 schlägt, dann schlägt Weiß auch auf F5. Und wir sehen, der König ist, der Turm hängt auch noch. Das ist alles eine absolute Katastrophe für Schwarz. Also das wäre noch besser gewesen. König G7 ist wahrscheinlich der beste Versuch. Aber jetzt kann ich hier auch den Bauern zurückgewinnen. Und Weiß hat eine überragende Stellung einfach. Ja, aber Slowedan sagt es auch. Springerstück B6, Menschenschach. Auch relativ schnell gespielt mit drei Minuten. Weil ich wusste auch, ich brauche die Zeit noch. 15 Züge noch zu spielen. 35 Minuten ist nicht die beste Situation. Aber ich wollte auch den Druck auf der Zeit aufrechterhalten. So, er schlägt jetzt mit dem Bauern. Das muss er, denn die Dame zielt hier gegen den Turm. Deshalb kann die Dame nicht schlagen. Und jetzt schlage ich auf G7. Das war eben die Idee, dass ich hier abtausche. Und der König jetzt offen ist. Und die Stellung zu verteidigen, für den Computer vielleicht noch möglich, aber für den Menschen sehr, sehr schwer. Er schlägt mit dem König ein logischer Zug. Der beste Zug laut Computerspringer E7. Direkt den Springer zu verbessern. Und hier, okay, C4 sagt der Computer. Das hätte ich bestimmt nicht gespielt. Turm D1 sieht logisch aus. B5, Läufer B3. Ja, Schwarz schafft es irgendwie hier halbwegs die Bauern zu halten. Aber es fühlt sich trotzdem alles relativ wackelig an. Dame E3, F3. Ja, wird nicht leicht für Schwarz auch hier. Ja, Sasuke. Frank, ich analysiere meine Partien vom World Cup. Der World Cup. Ich bin schon wieder zurück. Aber das ist gerade die erste Partie von dem ersten Match gegen I.M. Rakoto Maharo. I.M. aus Madagaskar. So, wir folgen der Partie. König schlägt G7. Und F3 fand ich jetzt auch ein sehr starker und unangenehmer Zug. Mich hat danach jemand gefragt, warum hast du denn F3 gespielt und nicht F4? Der Punkt ist, dass ich den Bauern erst noch vorlocken will. Hier nach F4, Schwarz spielt Turm E8 und jetzt kann ich irgendwie nicht den Bauern gewinnen. Und auch die Störung ist gut, aber ich kann die Störung nicht öffnen. Ich möchte hier die Störung am liebsten öffnen und den König angreifen. Also ich möchte, dass Schwarz schlägt, damit meine Türme ins Spiel kommen, ich hier die Linien habe und Schwarz matt setzen kann im Angriff. Und das ist auch sehr, sehr vielversprechend hier noch mit dem Läufer. Weiß hat super Angriff plus die schwarze Struktur ist auch noch eine Katastrophe. Deshalb ist das eine Verluststellung. Mein Gegner probiert deshalb die Störung geschlossen zu halten und jetzt spiele ich F4, denn der Bau auf E3 kann nicht gut verteidigt werden, der ist jetzt isoliert. Turm E8. So, jetzt habe ich Turm E1 gespielt. Ja, und jetzt spielte mein Gegner B5. Ja, guter Rat ist teuer. Dame ist 6 wahrscheinlich am besten. Jetzt sollte ich gar nicht mal direkt auf E3 schlagen. Ich hoffe, das hätte ich noch realisiert, denn diese Störung nach Turm E3. Dame E3 sieht erstmal gut aus mit einem Bauern mehr, aber Schwarz hat den starken Zugspringer E7 und wird den Bauern hier zurückgewinnen beziehungsweise es ist alles nicht mehr so eindeutig hier. Schwarz wird aktiv und das ist bei weitem nicht klar. Deshalb sollte man nicht vorzeitig den Bauern schlagen, sondern erstmal Turm E3 spielen und erst im nächsten Zug den Bauern schlagen. Und ja, jetzt wird der Bau verloren gehen. Den E2 kann man sogar ein bisschen tricksen, sage ich mal, Dame G4, König E8 und Turm schlägt E2, weil die Dame immer noch einen Blick auf den anderen Turm hat und das sollte letztendlich zu einer Gewinnstellung führen für Weiß. Okay, B5 und den Bauern habe ich einfach geschlagen. Die Idee von Schwarz war es, hier die Dame nach B6 zu bringen, aber hier passiert nicht besonders viel. Also ich habe hier viele Züge, ich habe Läufer E2 gespielt. Ja, Jeff, F3 ist ein bisschen ein ungewöhnlicher Zug. Dafür habe ich auch ein bisschen gebraucht, aber ja, war dann ganz froh, ihn gefunden zu haben. Gut, ich habe mir gedacht, komm, ich lasse den Bauern gar nicht weiter nach vorne. Ich stelle den Läufer davor und will hier weiter angreifen. Und er hat jetzt auch noch ganz wenig Zeit. Ihr seht es hier eine Minute auf der Uhr in einer sehr schlechten Stellung. Er spielt Springer E7. Ich ziehe meinen Bauer nach vorne, will natürlich F6 spielen. Er spielt König H7. Er müsste F6 spielen. Danke der WG und gute Besserung. Ja, er müsste F6 spielen, dann wollte ich Läufer H5 spielen. Gehe hier auf den Turm und greife auch den Bauern an. Er muss den Turm irgendwie ziehen. Und jetzt, ja, Dame schlägt E3. Sollte vollkommen ausreichen. Ich meine, ich habe hier zwei Bauern mehr. Das dürfte eine klare Gewinnstellung sein. Okay, er spielt König H7. Und jetzt bin ich mit meinem Bauern weiter vor. Es ist der beste Zug. Von daher, ich weiß nicht, was diese Ungenauigkeit hier soll. Das ist Quatsch. Es ist der, ja, F6 gewinnt. Es ist plus 10, mein Springer G6. Und jetzt habe ich Turm E5 gespielt. Das ist der Punkt. Ich möchte gerne mal einen Turm rüberbringen, beziehungsweise auch ein sehr schönes Finale einläuten. Und die einzige Verteidigung wäre eigentlich Turm E5. Aber am Ende des Tages hängt mal wieder dieser Turm auf C8. Und Schwarz kann aufgeben. Also, man spielte mal Gegner D5. Er hatte, ja, es ist kein Doppelfragezeichen. Die Stellung ist ohnehin komplett verloren. Und jetzt nach Turm H5 könnte Schwarz auf F6 schlagen. Aber Dame schlägt H6 Schach. Ist matt in zwei Zügen. Denn König G8 ist natürlich hier matt. Und nach König schlägt H6 kommt Turm H5 Schach matt. Und das war's. Deshalb gab mein Gegner hier auf. Nach Dame schlägt H6 Schach. Und ich konnte die erste Partie von zwei gewinnen. Das waren Mini-Matches. Insofern, das war natürlich ein sehr, sehr guter Start. Und auch eine sehr gute Partie von mir. Insgesamt gute Vorbereitung. Gut, mein Gegner hat es mir auch leicht gemacht, indem er wirklich konstant immer diese Variante gespielt hat. Aber, ja, ich war sehr froh mit der Partie. Insgesamt gute Vorbereitung, dann Vorteile vergrößert und dann wirklich souverän nach Hause gebracht. Auch gutes Zeitmanagement in der Partie. Also, da habe ich mich sehr, sehr wohl gefühlt. Aber ich wusste, ich wusste natürlich auch, dass es kein leicht, dass es nicht leicht werden würde mit Schwarz in der zweiten Partie. Und so sollte es tatsächlich auch sein. Aber auf jeden Fall gut, diese Ars-Partie zu gewinnen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn dem so ist, lasst gerne einen Daumen hoch da, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Dann seid ihr hier immer up to date. Darüber hinaus, wenn ihr mich gerne unterstützen möchtet, schaut euch einmal die YouTube-Mitgliedschaft an. Alle Infos, alle Vorteile davon findet ihr, wenn ihr auf den Button klickt. Bis zum nächsten Mal.